Hallo und willkommen zu diesem neuen Video. Heute geht es um die besten Bild-Infrarotheizungen. Diese Infrarotheizungen mit Bildmotiven sind besonders beliebt bei den Kunden, weil sie eine starke Doppelfunktion, nämlich als Heizung und als schöne Wandgestaltung einnehmen. Auf den ersten Blick sind diese Modelle nicht als Heizung ersichtlich, nur die Wärme, die aus den Bildern herauskommt, gibt dann den Hinweis, dass es sich hier um eine Infrarotheizung handelt. Drei starke Modelle von drei verschiedenen Herstellern und auch aus drei unterschiedlichen Preisklassen möchten wir euch heute mal vorstellen, damit ihr eine passende Kaufentscheidung für euch treffen könnt. Bleibt also unbedingt bis zum Schluss dran, um alle Infrarotheizungen mit ihren Eigenschaften und Funktionen kennenzulernen und schaut nach dem Video für alle weiteren Recherchen oder um eine der Bildheizungen zu bestellen, mal in der Videobeschreibung vorbei. Dort sind alle drei Modelle mit dem tagesaktuellen Preis auch verlinkt. Lasst uns nun aber gleich mit dem eigentlichen Video und auch schon der Bildheizung aus der Einsteigerklasse starten. Vorstellen möchten wir euch hier die Heidenfeld HF-HP105. Diese Infrarotbildheizung ist in verschiedenen Größen und Leistungsvarianten, angefangen von 400 bis zu 1000 Watt erhältlich. Auch kann man hier viele sehr starke Bildmotive auswählen. Man hat die Auswahl zwischen verschiedenen Stadt-, Natur- oder auch Tiermotiven, sodass man sicherlich ein passendes Motiv für seinen Geschmack und seine Einrichtung finden kann. Die Heidenfeld Infrarotheizung ist aktuell der Bestseller in der Kategorie Infrarotheizkörper auf Amazon. Und das liegt einfach daran, dass hier wie gesagt so viele starke Motive und auch so viele verschiedene Größen erhältlich sind. Auch kommt das Modell aber mit einem sehr innovativen und modernen Thermostat, über das man die Wunschtemperatur bis 60 Grad Celsius individuell regeln kann. Auch sind hier verschiedene Programme und Heizperioden vorprogrammierbar. So kann man die Heizzeiten ganz individuell an die eigenen Bedürfnisse anpassen, sodass das Modell nur immer dann heizt, wenn man es wirklich benötigt und das von ganz alleine. Geliefert wird dieses starke Modell der Einsteigerklasse natürlich auch mit allem wichtigen Montagematerial, sodass man hier keine Probleme bei der Installation hat und dass selbst Anfänger und Laien diese Bildheizung schnell installiert bekommen. Alles weitere zu diesem Modell über den ersten Link in der Videobeschreibung. Beim Kauf gibt es hier auch noch eine 10 Jahre Herstellergarantie obendrauf, sodass man sich sicher sein kann, hier die richtige Kaufentscheidung zu treffen. Vielleicht ist es dann aber doch eine der anderen Bildheizungen aus den nächsthöheren Leistungsklassen. Als nächstes möchten wir euch das beliebte Modell vom Hersteller Klarstein vorstellen. Dieses bietet Bild-Infrarotheizungen in drei verschiedenen Größen von 500 bis 1000 Watt an. Dabei hat es Motive für besonders kleine 10 Quadratmeter Räume bis auch für größere 20 Quadratmeter Räume. Außerdem sind hier verschiedene Bildmotive auswählbar, sowie auch verschiedenfarbige Whiteboard-Varianten, durch die man die Infrarotheizung als Whiteboard, also als Magnettafel, verwenden kann. Wer sich für eines der Bildmotive entscheidet, bekommt hier die Auswahl zwischen sehr hochwertigen und modernen Motiven, die eine sehr, sehr edle und auch geschmackliche Optik bieten. Überzeugend tut das Modell zudem auch noch durch das stimmungsvolle, dimmbare RGB-Hintergrundlicht. Dieses kann entweder in einem klassischen Weiß oder auch in verschiedenen Farbvarianten ausgewählt und in der Helligkeit eingestellt werden. Damit ist das Modell nicht nur eine Infrarotheizung und ein Bild- bzw. Whiteboard, sondern gleichzeitig auch noch eine Lampe. All dies ist ganz einfach über die Fernbedienung oder auch über die Klarstein Smart Home App einstellbar. Hier lassen sich auch weitere Dinge, wie beispielsweise individuelle Heizprogramme voreinstellen, durch die einen die Heizung noch mehr Arbeit abnehmen kann. Sehr interessant also, was man alles mit diesem Modell von Klarstein machen kann. Und wenn ihr euch jetzt nur noch weiter zu dieser Bildheizung von Klarstein informieren oder das Modell vielleicht sogar in einem der Größen- und Motivvarianten bestellen wollt, schaut doch gerne mal über den zweiten Link in der Videobeschreibung nach. Dort haben wir euch das Modell mit dem tagesaktuellen Preis und der Möglichkeit, es zu bestellen, auch verlinkt. Als drittes und letztes möchten wir euch aber nun das absolute Premium-Modell vorstellen. Es handelt sich um die Infrarot-Bildheizung von Könighaus. Und dies ist das Premium-Modell im Vergleich, weil es zum einen mit der höchsten Leistung von bis zu 1200 Watt erhältlich ist, sowie auch eine extrem große Motivauswahl bietet. Die meisten Motive beziehen sich hier auf wunderschöne Natur- und Landschaftsaufnahmen. Die Auswahl ist bei der Könighaus-Heizung, wie gesagt, am größten. Wenn man sich für die größte Variante, die 1200 Watt-Variante entscheidet, bekommt man eine Infrarot-Heizung, die Räume bis zu 30 Quadratmeter aufheizen kann. Dabei kommt das Modell auch gleich mit einem Steckdosen-Thermostat, an dem alles Wichtige einstellbar ist. Diese Einstellungen kann man aber auch wahlweise über sein Smartphone vornehmen, denn die Könighaus-Bildheizung ist ebenfalls mit seinem Smartphone per Könighaus-App steuerbar. Des Weiteren bietet uns diese Infrarot-Heizung einen Überhitzungsschutz, einen Wasserschutz, womit es auch wunderbar im Badezimmer aufgehangen werden kann und auch eine extrem starke Energieeffizient bei sehr geringem Stromverbrauch. Ein smartes und effizientes Heizen, das bietet uns die Könighaus-Infrarot-Bildheizung mit, wie gesagt, der höchsten Leistung im Vergleich und auch der größten Motivauswahl. Sogar sein eigenes Foto kann man hier von Könighaus aufdrucken lassen und damit ist das Modell unserer Meinung nach absolut verdient. Die beste Premium-Heizung im Vergleich. Alles weitere zum Modell von Könighaus über den dritten Link in der Beschreibung. Dort ist dieses smarte Modell auch mit dem tagesaktuellen Preis und der Möglichkeit, es zu bestellen, verlinkt.